So meine Lieben, nächster Tag, neue Abenteuer. Also wir sind jetzt wieder da wo wir vor drei Tagen waren, wo wir uns angemeldet haben für die Schnorcheltour hier rüber in das Naturreservat. Wir sind jetzt schon ein bisschen spät dran, weil wir mit dem Tanken ein bisschen Probleme gehabt haben, aber alles gut. Drei Minuten vorher der Zeit hier. Eine Minute? Eine Minute, sagen ich mir das nicht. Okay, ich kann nicht mehr schummeln, wenn die in der Nähe von mir sind. Also wir freuen uns sehr und nehmen euch natürlich mit auf den Ausflug darüber, mit dem Boot. Okay, so it's okay for us. You have three Anissapie in there. And then in five minutes you can go downstairs and clean all the equipment and you leave your staff. Okay, so all the equipment is down there. What? All the equipment is down there already. Okay, will you just put it or is somebody there? There is somebody, they will give you everything. Okay, thank you. Thank you. So, jetzt haben wir schon die Anzüge ausgepackt. Alles schon. Ah ja, hier sind die Ladies auch schon. Auch schon fertig angezogen. So, jetzt ist die Statschichtwechsel. Jetzt ist dann die andere Truppe zurückgekommen. Und bei uns geht's gleich los. In ein paar Minuten. Wir freuen uns schon. Ein bisschen stress haben wir als vorher geklappt, mit der Zeit. Am Ende, alles gut. Wie immer bei uns. Bis drei hier. Grüße eben. Das waren die zu vielen Pockets hier und die zu vielen Spreisen, die wir zu uns genommen haben, die letzten Tage, die das Ganze ein bisschen ungemacht haben. Ich bin hier in der Sonne. Ich bin hier in der Sonne. Ich bin hier in der Sonne. Das ist schön hier. Und da sind wir doch wirklich oder nicht entfernt, hier vom Festland an der Insel. Aber jetzt ist hier die kleinere Insel gegenüber. Aber jetzt sieht man erst so die ganze Länge hier wie wunderschön grün man macht. Und die Regenwald, das da oben abpass-t Tina ist. Echt schön! Gabi! Der Name ist Jauerfisch. Der Name ist Jauerfisch. Der Name ist Jauerfisch. Der Name ist Jauerfisch. Also ein super gelungener Ausflug hier. Hier im Nationalpark an der Westfüste von Bastia. Man sieht es hier an der Garte. Also wir sind jetzt hier ungefähr in der Mitte von Bastia. Und gegenüber da vorne ist hier diese kleine Insel, die man da vorne sieht. Und da sind wir eigentlich komplett rundherum um die kleine linke Insel. War echt, echt schön. Auch den Mädels super gut gefallen. Also absolute Empfehlung. Wer mal hier in der Nähe ist, der sollte auf jeden Fall das hier machen. Man hat es glaube ich eh gesehen an der Vielfalt, was wir unter Wasser gesehen haben. An Korallen. Also ich glaube so schön erhaltene Korallen. Das ist auch sehr selten irgendwo. Schön. Schön. Schön.